du bist gespannt erhofft ja nicht so viel meine lab skills sind ziemlich beschränkt vor allem solo solo bin ich so schlecht in labs aber hey ich spiele jede map also für mich ist labs nicht geil pvp für mich ist labs geil ein paar raider holen und hoffentlich geld machen und nicht weggegranate launchen werden vorne ab geht's ich muss aufs klo das hätte ich vielleicht mal vorher noch mir überlegen sollen alles was bewegt ist ein gegner auch das ist ein sehr großer vorteil wenn wer meine killseries an meinen mates kennt vielleicht würde ich jetzt am liebsten hinten zu green und so laufen aber ich weiß halt dass da in der regel auch spieler hinlaufen von daher ist es tricky also mein lieblingsort auf labs ist einfach einfach nur keller keller laufen raider holen aus es ist für euch noch sehr hell wahrscheinlich nach geht da kommt was angerannt also mein liebsten Seil von mir? Der war nicht über mir. Der war nicht überrascht. Du schattest es da, Bruder! Puh! 4 o'clock! Etwa mal die Pulso aufgesetzt, wa? Holy shit! Was passiert hier? Hahaha! Ah! Drakornos, grüß dich, ein Wunderschön! Hahaha! Drakornos Holy shit eh! Holy shit! Drakornos 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 Wenn ich da schon wieder höre, dass einer in deinem ganzen Waffenarsenal in der Ecke ballert. Dreht sich da die ganze Zeit ein Raider auf der Stelle, oder? Man kann die Waffe natürlich nicht einklappen. So, das ist wichtig. Gut, gut. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Spitz, feier du Maschine. Vielen, vielen lieben Dank. Schönes Wochenende wünsche ich dir kleiner als drei. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub im dritten Monat. Liebe geht raus. Vielen Dank für deinen Support. Wie geht's dir? Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Aber sowas von eine schöne Woche wünsche ich dir. Es war so Glück, dass ich den da durch die Wand erschossen hab, ey. Holy shit. Ich hätte noch nicht gleich schießen sollen, als er das erste Mal vorbeigegarant ist. Oh, das ist super. Mal überlegen, ob ich den mitnehme. Sof ich den Kaffee, wenn ich den Da Ooh. Sof ich werde later. Sof ich, dass es wieder heißen soll. Okay. It Prepare für mich einig. Dreht er sich unter mir, oder was? Ja. Die unten sind glaube ich Raider. Die unten sind glaube ich. 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 Das war's für heute. hey das game letztes mal im januar gezockt hat sich verändert ist schon ganz geil geworden gibt was das heilungssystem angeht viele neue sachen wie bledings und so freunde was eine runde holen 8900 xp zwei spieler zwei scales für mich war das eine gute runde andere slabs nur gute runde wenn sie komplett server wide machen aber für mich war das im ton ich bin ich bin vom balkon gefallen ich bin unten ich bin tot